Also ich hab mir gerade neue Schuhe geholt und brandneue Porsche Cayenne. Habt ihr mal sowas gesehen, Alter. Verbrannt bisschen drauf. Die lächeln hier, Alter. Ich glaub da war jemand richtig sauer hier. So ein Auto brennt doch nicht einfach so. Unglaublich. Porsche Cayenne Turbo GTS. Olay, Molay, Porsche Cayenne.